Über die letzten Jahre hinweg habe ich von sämtlichen Freunden die Empfehlung bekommen, nach Hawaii zu gehen. Wieso habe ich das also nie gemacht? Es war mir zu weit weg, zu viel Geld, zu wenig Zeit und nicht urban genug. Ich dachte, es ist die Reise nicht wert. So ein Schwachsinn. Ab einem gewissen Punkt gab es einfach mehr Hinweise darauf als meine eigenen Zweifel. Also gab ich dem Ganzen endlich eine Chance. Und das hat sich ausgezahlt. Von L.A. aus ging es mit einer Flugzeit von 5 Stunden nach Hawaii. Dabei haben wir unsere Reise auf die Inseln Oahu und Kauai eingegrenzt. Nun, für mich zeichnen coole Menschen und gutes Essen eine gelungene Reise erst aus. Und beides war hier mehr als gegeben. Hawaii hat aber weitaus mehr zu bieten als ich dachte. Z.B. eine Bootstour auf Kauai. Oder Surfen in Waikiki. Hawaii ist best known for its Surfriding and Baiting beaches. Wandern lässt es sich dort auch ganz gut. Und mein absolutes Highlight. Mit dem Helikon Helikopter über Kauai. Ich glaube, ich habe noch nie etwas schöneres gesehen. Und bevor ich euch jetzt mehr davon zeige, was ist nun die Message hinter diesem Video? Nun, wir als Menschen wollen uns zu allem schnell eine Meinung bilden. Und ob das in erster Linie richtig oder falsch ist, ist gar nicht so wichtig. Hauptsache wir haben eine Antwort auf unsere Frage und fühlen uns damit sicher. Nur allzu oft verwechseln wir unsere Annahmen über die Wirklichkeit mit der Wirklichkeit. Und dadurch entgeht uns vieles, weil wir uns irgendwie selbst im Weg stehen. Daher würde ich sagen, einfach weniger Annahmen treffen und mehr kommunizieren und der ganzen Sache nachgehen. Habe ich aus diesem Buch hier. Wirklichkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020